Servus Leute und herzlich willkommen hier zurück zu einem neuen Video auf dem Crypto AG Kanal. Ich möchte mich natürlich ganz herzlich für den Support bei euch bedanken. Dementsprechend liked auf jeden Fall das Video, lasst einen Kommentar unten, ob ihr denkt, dass Bitcoin nochmal auf 10.000 bis 12.000 Dollar geht. Also schreibt rein 10.000 Dollar oder 30.000 Dollar, ob ihr denkt, ob es jetzt einen Pump oder einen Dump geben wird. Und lasst uns natürlich auch gerne ein Abonnement da. Wir laden täglich bis 14 Uhr Content hoch und dann verpasst ihr nichts mehr und bleibt immer up to date. Ich würde sagen, wir springen auch mal direkt in den Content. Finn spricht heute über die Kursverläufe von dem gesamten Crypto Markt in der letzten Woche und darüber, dass Bitcoin Holder momentan unter starkem Druck stehen. Ich spreche über das Breakout von Bitcoin und über die möglichen potenziellen weiteren Verläufe des Kurses und Timo redet über eine Investition von VCs in den Crypto Markt. Also Leute, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei dem Video und bleibt bis zum Ende dran, um nichts zu verpassen. Hallo Leute und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu diesem Video. Ich bin Finn und wir werden heute mal in Online-Daten etwas genauer mit dem Social Volume auseinandersetzen. Ganz kurz, was ist das Social Volume? Ist natürlich im Endeffekt einfach das, wie oft werden bestimmte Kryptowährungen im Internet genannt beziehungsweise thematisiert. Ganz kurz, Entschuldigung, falls jemand nur kurz aufstoße. Ich habe einen Schluck auf und muss jetzt gerade dieses Video aufnehmen, weil es ist halt ein bisschen unpassend. Tut mir leid. So, was bedeutet das jetzt für uns? Was hier schon richtig von Sentiment ganz gut dazu geschrieben wird, ist, ganz klar, solange wir einen 7-Day Social Volume Change von 27% im Minus haben und bei Ethereum von 60%, sehen wir natürlich, dass das Interesse in den letzten Tagen auch jeden Fall deutlich abgenommen hat und eben nicht zugenommen hat. Und gerade in Bezug auf FOMO, also Fear of Missing Out, ist es natürlich eine ziemlich wichtige und interessante Sache, denn wenn die Leute dann erstmal vielleicht wieder aufmerksam werden, dass Bitcoin gerade sehr stark gestiegen ist und dann dieses beskannte FOMO einsetzt, könnte es natürlich nochmal sein, dass wir nochmal ein ganzes Stück gepumpt werden von irgendwelchen Leuten, die vielleicht der Meinung sind, dass sie jetzt ihren perfekten Entry verpasst haben. Heißt, aus der Ontend-Date können wir eigentlich lesen, dass es zumindest kurzfristig gesehen erstmal ziemlich positiv slash bullish ist. Die zweite Sache, die wir uns jetzt anschauen wollen, ist das Long Term Holder Capitulation Tracking. Bedeutet ganz kurz einfach nur, es geht darum, dass Long Term Holder unter einem Wert von 1, einem Long Term Holder MVRV, also eine Market Value Realized Value Score von unter 1 verkaufen. Das heißt sozusagen, die Long Term Holder zu einem schlechteren Preis durchschnittlich gekauft haben als die Short Term Holder. Dann sehen wir hier diesen MVRV unter 1 und das ist natürlich nicht oft der Fall gewesen, immer in den stärksten Bärenmärkten und auch jetzt ist es natürlich wieder der Fall. Ganz klar sieht man natürlich auch, es war jetzt nicht sofort unbedingt der Boden prinzipiell da, aber es ist halt immer eine Zeitspanne, wo es sich tendenziell immer extrem gelohnt hat, Bitcoin zu akkumulieren. Entschuldigung immer noch, wie gesagt, für das Schluck auf. Ich würde jetzt trotzdem sagen, genau dementsprechend müssen wir uns definitiv die Charts nochmal etwas genauer anschauen, um zu gucken, ob es denn jetzt wirklich realistisch ist, dass wir in den nächsten paar Stunden vielleicht wirklich einen Confirmed Breakout sehen und dementsprechend dann einen weiteren Pump zur Abzahl. Ich würde sagen, ich verabschiede mich für heute und wir machen weiter mit Liam mit dem wichtigsten Preisler drin. Okay Leute, dann auch nochmal ein herzliches Willkommen von mir an dieser Stelle. Ich bin Liam und wir schauen uns heute wie immer die Charts an, heute auf dem Daily und Only-Timeframe, den Weekly-Timeframe, wenn wir uns nochmal genauer am Sonntag anschauen, wenn der Weekly-Close kurz bevorsteht. Auf dem Daily-Timeframe können wir erkennen, sind wir hier aus diesem Uptrend-Kanal ausgebrochen, hatten dann noch einen Breakout-Versuch vom 0,5er Fibonacci-Level, der wurde leider nicht geschafft und hatten hier dann aber gestern ein schönes Bounce-Szenario. Wir sind nämlich hier auf unsere obere Widerstandslinie zurückgekehrt, haben diese sehr schön hinter uns gelassen und haben heute eine positive Day-Candle. Das sieht natürlich sehr nach einem Szenario aus, nachdem wir hier das Breakout gestartet haben, dann hier einen schönen Retest hatten und jetzt ein nachhaltiges Breakout in Richtung Long starten können. Das ist beides natürlich sehr gut für den Bitcoin-Kurs und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wo der Kurs dann in Zukunft hingehen kann. Und zwar können wir erwarten, dass wir mit dem Kurs auch aufgrund der Höhe des RSI, der sich momentan ungefähr bei 60 Punkten befindet, durchaus noch bis hierhin pumpen können, bis zum 0,618er Fibonacci-Level, dann werden wir wahrscheinlich erstmal eine kleine Korrektur bekommen. Diese kann vielleicht womöglich sogar hier bis zum 0,5er zurückreichen und dann werden wir weiter nach oben gehen. Das denke ich ist realistisch, denn wir haben hier auf jeden Fall einen RSI, der zwar nicht sonderlich hoch ist, aber wenn wir jetzt nochmal ein deutlich größeres Long-Movement haben werden, ist der Bitcoin-Preis auch overboard. Dementsprechend wird dann wieder abverkauft und wir werden eine kleine Korrektur sehen, zumindest Midterm-mäßig gesehen. Dementsprechend denke ich, dieses Szenario hier ist auf jeden Fall realistisch. Wenn wir uns hier nochmal die Daily Bollinger Bands anschauen, dann sehen wir auch, dass wir hier mit Bitcoin sehr schön diese Squeeze-Phase, die ich hier auch erwähnt hatte, in Richtung Long gestartet haben. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Indikator dafür, dass wir hier einmal mit unseren letzten Day-Candles hier den Boden gefunden haben, denn wir hatten hier drei sehr schöne Candles, unter die es nicht gegangen ist. Also dieses Level hier von ungefähr 19.000 US-Dollar wurde immer perfekt gehalten. Hier 19.000 US-Dollar bis 19.500 wurde es All-Time-Mai von 2018. Es wurden perfekt gehalten vom Bitcoin-Kurs und jetzt ist der Kurs hier endlich weggebounced und wir befinden uns in einem Breakout, in einer Breakout-Phase, die auf jeden Fall jetzt erstmal bis zum 0.618, sprich bis zu 26.000 US-Dollar anhalten kann. Okay Leute, dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt nochmal die kleineren Timeframes an. Auf den kleineren Timeframes können wir auch direkt erkennen, dass der Kurs hier von dieser Support-Linie bei 22.700 Punkten gebounced ist und sich jetzt wieder daran macht, diese untere Widerstand- bzw. Support-Linie des Rising Broadening Wedges anzutesten. Aber man sieht ja auch, dass die letzte Hourly-Candle hier nicht sonderlich gut geschlossen hat, wie ihr hier erkennen könnt. Dementsprechend könnte es sein, dass wir hier vielleicht nochmal ein kleineres Short-Movement sehen. Aber ich denke, der Bitcoin-Preis sieht momentan ganz gut aus. Heute ist ja auch wieder ein ganz schöner Tag. Auch bei Ethereum gibt es ordentliche Pluspunkte. Dementsprechend sieht es hier auf jeden Fall ganz gut für den Bitcoin-Kurs aus, zumindest mittelfristig, dass wir auf dem Daily-Chart, falls wir auch einen sehr schönen Weekly-Close haben werden, erstmal in Richtung 0.618 bzw. 26.000 US-Dollar gehen werden. Also Leute, das war es mit der Chart-Analyse und ich wünsche euch viel Spaß beim News-Part mit Timo. An dieser Stelle auch ein herzliches Hallo von meiner Seite. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr alle immer noch dran geblieben seid für den News-Part. Bevor wir heute ins eigentliche Thema rein starten, die Milliardeninvestitionen von Venture Capitals in den Kryptosektor, möchte ich noch einmal ganz kurz Bezug auf das gestrige Video nehmen. Und zwar haben wir gestern den News-Part bereits vorproduziert gehabt, weshalb wir leider nicht mehr auf diese wichtige News zu Tesla eingehen konnten. Deshalb heute kleiner Nachtrag. Tesla hat insgesamt 75% seiner Bitcoin-Bestände verkauft. Das Ganze wurde nämlich nun durch den Q2-Earnings-Report an die Öffentlichkeit gebracht. Insgesamt konnte Tesla eben hier 936 Millionen US-Dollar liquidieren. Was waren die Gründe dafür? Das wurde direkt auch von Elon Musk bestätigt. Aufgrund der Covid-Lockdowns in China hat Tesla eben hier seine Cash-Position maximiert, um eben auf Ungewissheiten bzw. auf Krisen reagieren zu können. Was dabei sehr interessant ist, wenn wir uns einmal den Chart von gestern anschauen, und zwar wurden wir gestern zwischenzeitlich um auf dem Bitcoin-Chart 3,5% abverkauft. Natürlich ist das nicht nur alleine auf die Tesla-News zurückzuführen. Trotzdem wollte ich das Ganze hier einfach nochmal zeigen, damit ihr einfach versteht, was ich damit meine, dass der News-Part auf jeden Fall immer sehr, sehr bedeutend für den Kurs sein kann. Man kann auf jeden Fall sagen, dass einige Prozentpunkte von diesem Abverkauf gestern auf jeden Fall auf Tesla zurückzuführen waren. Jetzt wollen wir aber einmal ins eigentliche Thema rein starten, Investitionen von Venture-Capitals in Krypto. Nun stellt sich aber natürlich die interessante Frage nicht, was wurde schon investiert, sondern was wird noch investiert. Dafür macht es aber auf jeden Fall Sinn, sich einmal eben die bereits getätigten Investitionen anzuschauen. Ich habe es schon sehr oft in Videos erwähnt, in meinen Augen sind eben Investitionen aus dem traditionellen Finanzsektor in den Kryptosektor sehr relevant dafür, dass wir beim Bitcoin-Kurs in den nächsten Wochen und Monaten wieder diese Pumps zu alten Preis-Zielen sehen können. Jetzt wollen wir uns das Ganze aber einmal anschauen. Bereits jetzt eben im zweiten Quartal von 2022 befinden wir uns fast auf dem Level der Gesamtinvestitionen aus dem Jahre 2021. 2021 haben wir insgesamt 31 Milliarden Dollar Investitionen in den Kryptosektor gesehen, 2022 bereits 29 Milliarden. Auch eben, wenn wir uns das Ganze einmal im Quartalsweisenverlauf anschauen, sehen wir hier einen ganz klaren Trend in den Investitionen und hier können wir auch direkt die Frage beantworten, was werden wir in der Zukunft noch an Investitionen sehen? Sollten sich eben diese 15 Milliarden, die wir aktuell an Investitionen in dem Kryptosektor sehen, weiterhin durch die Venture-Capitals fortlaufend, dann werden wir wahrscheinlich in diesem Jahr noch weitere Investitionen im Bereich von 20 bis 30 Milliarden in den Kryptosektor haben, was natürlich sehr relevant auch für den Bitcoin-Kurs sein wird. Dann ist natürlich sehr interessant, in was investieren eben diese Venture-Capitals überhaupt? Das Ganze ist hier nochmal heruntergebrochen. Unter anderem ist der Bereich Decentralized Finance eben hier führend mit 16 Prozent, Centralized Finance mit 14 Prozent und sehr interessant, NFTs insgesamt mit 13 Prozent. Dann haben wir natürlich noch Krypto-Infrastruktur, Mining, Firmen etc. Diese sind hier auch nochmal beteiligt mit 14 Prozent. Alles in allem in meinen Augen könnte eben auf jeden Fall diese Investitionen, die wir in den nächsten Monaten noch sehen werden, kurstreibend sein. Ich denke, ohne frisches Geld im Markt werden wir bei Bitcoin große Probleme haben, auf alte Ziele bzw. alte All-Time-Health zurückzukehren. Das war es jetzt soweit zum News-Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns auf jeden Fall mal ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke. Jeden Tag Content bis 14 Uhr, damit ihr nichts mehr verpasst. Das war es soweit von mir. Bis morgen. Ciao.